einen wunderschönen guten abend wir sind zurück hier bei football tactics in glory mit esserbrücken und wir haben es in der letzten folge tatsächlich geschafft ins achtelfinale einzuziehen des prestigepokals und im achtelfinale haben wir gegen potsdam eins zu eins gespielt haben sogar 1 0 geführt zu hause das heißt wir müssen jetzt schon gewinnen ein 0 würde nicht reichen ein 1 zu 1 könnte zur verlängerung führen oder mit erschienen ich weiß gar nicht wie das hier gehand gehabt wird ok gucken wir mal ich glaube ich stehen hier genau gleich dann werden wir hier diesen kurz mal wieder dahin stellen damit er anschluss hat damit wir dahin spielen können ansonsten lassen wir das erstmal so und starten das wahrscheinlich naja wichtigste spiel in der saison kann ich jetzt jetzt nicht so sagen ein bisschen lange gedauert aber ja doch kann schon sein weil wie gesagt damit hat ja wohl überhaupt keiner gerechnet dass wir so weit kommen und dass wir tatsächlich eine reelle chance haben da was zu machen ok da kann hier in die mitte nein kann er nicht doch kann er klar kann er das ok müssen also gut aufpassen wir versuchen genau das gleiche wir spielen hier zu wedding wedding die dahin zieht rein und dann finden wir das gleiche auch hier kriegen den elf meter wir kriegen tatsächlich den elf meter und der würfel steht bereit und der würfel sagt die nummer drei und das ist die mitte oh gott nein ich hab's gewusst ich hab's gewusst ja man sieht dass ich hier wirklich mitgenommen werde er wird jetzt drauf schießen wird jetzt das 20 machen wie der passt auf sehr schön gut ja wir passen mal zu kurz jetzt ist die frage wie wir da am besten hin passen oder können wir durch passen dann machen wir das auch sehr schön und konrad der darf jetzt mal hier drauf schießen oder ja den ball kontrollieren können wir sowieso nicht hätten wir könnten wir zu copper kommen da könnten wir versuchen hier mit dem hacken krieg aber wir werden einfach mal hier drauf schießen torwart hält ihn die wegball da haben wir ja eventuell eine chance hier stellen natürlich den kurz erstmal dahin der körper kommt hierhin und konrad hierhin eigentlich hat sich für uns ja nichts geändert wir müssen so oder so ein tor mindestens schießen so die flanke das wäre auch möglich jetzt wäre es natürlich schön wenn wir den kanonenschuss hätten weil da müssten wir nur ein platz nach vorne gehen und zack drauf wir werden aber flanken aber die setzen sich hier richtig gut durch so die flanke kommt rein der kopf aber ja torwart ist halt extrem stark aber gut trotzdem schöner versuch dass wir überhaupt hier möglichkeiten bekommen weil ich kann mich da wirklich an spiel erinnern da hatten wir null möglichkeiten also beziehungsweise da sind wir überhaupt nicht hatten wir überhaupt gar keine gefahr ausgesteuert so jetzt kommt er noch mal in die mitte und dann wird er wieder drauf schießen dann müsste ich hier vielleicht einen hinstellen ich weiß gar nicht ob das geht ok bitter bitter aber ist halt ebenso wir spielen jetzt ja auch in deren heimstadion und zu hause hat man ja einen gewissen vorteil von hier drauf schließen aber ziehen wir lieber in die mitte rein kriegen vielleicht noch mal ein elf meter diesmal gewinnt er den ball schade da gehen wir mal einen meter nach vorne wahrscheinlich kontrolle machen hier durch ok ja mal richtig ja gut erste hälfte ist vorbei alles gute wollte hier durch nochmal drauf schließen hat doch tatsache können wir so hinstellen da machen wir das hier so ja ich würde tatsächlich den scheuten rausnehmen heute nehmen wir raus und bringen dafür la rein und ne bringen wir nicht wir bringen nicht la rein so scheuten und dann scheuten ging preu oder perls wir bringen mal perls rein und den perl stellen wir dann hierhin hier auf der seite brauchen wir kein also bis jetzt ist alles über die andere seite gekommen da wollen wir das ein bisschen abdecken so erstmal machen wir unsere standard taktik könnten eigentlich auch hierhin laufen aber dann können wir nicht reinziehen oder oder geht das nur von da wir machen das einfach so wie es die ganze zeit machen zack ziehen hier rein er greift uns an wir überleben das nein wir werden kein kontrolle machen wir werden drauf schießen mit einem gewaltschuss der wird gehalten wir kriegen noch mal den ball wir sind besonders motiviert vielleicht haben wir eine möglichkeit ja wir kriegen einen elfmeter schon wieder ok der würfel ist wieder dran wir vertrauen wieder den würfel haben schon diesmal eine 2 das heißt hier oben rechts nein ich vertraue dem würfel nicht mehr der würfel hat uns verraten okay ist gut er ist klar die ganze zeit hatten wir glück mit dem würfel und jetzt können wir hoch und ja das hat eben jetzt die frage ob das jetzt viel besser war naja so hält ein bisschen was auf da spielen wir hier oben hin das ist schon mal schade aber wir können mit ihm hier hingehen zum beispiel erstmal sichern dann müssen die anderen sich da rausziehen also wie gesagt wir hatten die ganze zeit glück mit dem würfel das ist klar dass dann da auf einmal urplötzlich das glück weg aber ok vielleicht haben wir da in den ligaspielen wieder ein bisschen mehr glück naja schade so haben den ball zumindestens wieder obert aber er würden sich auf jeden fall wiederholen ja das ist jetzt schon ein monster naja passt durch und der wird jetzt drauf schießen wahrscheinlich das 3 0 machen ja schade sehr schade aber kann man halt eben nichts machen ist ja auch nicht schlimm wir spielen zu wedding wir versuchen mal hier hinzuziehen wir könnten drauf schießen dann kommt er hier aber dazwischen können wir hier da können wir nicht nach innen ziehen auch jetzt schon mal gut zu wissen also es geht nur wenn wir hier außen sind könnten flanken da kommt der hier vielleicht angezogen warum nicht dass das überhaupt funktioniert aber es ist auf jeden fall mal schön gewesen im achtelfinale zu sein der torwart hat den ball sehr schön spiel vorbei leider 3 0 verloren hinspiel 1 1 aber ok das ist dann halt ebenso jetzt können wir uns voll auf die liga konzentrieren und den aufstieg forcieren würde ich sagen also das könnte durchaus ein ziel sein zu der konrad kriegt jetzt hier ein upgrade sehr schön so haben wir ja hier schon mal ein bisschen voll gemacht er hatte jetzt hier schon tunneln stufe 2 wir werden jetzt auf jeden fall das hier nehmen damit er da noch mal ein bisschen mehr auf genauigkeit bekommen dass wir dann ja ein abschluss starken spieler bekommen und er wird jetzt zum ersten mal torwart und dann schauen wir mal wie viel verteidigung er danach hat wird da schon ein bisschen was kriegen jetzt oder 39 und das heißt jetzt ist also so stärker als der zöller aber ja schade dass wir raus sind aber das ist dann leider so wir sind sehr weit gekommen also ich glaube dass wir auch gegen den hatten wir noch mal gespielt war glaube ich offenbar oder ja ich glaube offenbar das war schon ziemlich gut okay wir haben drei nachrichten wir haben neue fertigkeiten aber warum perls hat krätschen bekommen das ist sehr sehr wichtig ich habe jetzt schon mal gesagt also wenn der dann darum krätscht das ist gut und wedding kanonenschuss sehr schön und wir haben einen jugendspieler bekommen einen stürmer platz ok gucken wir uns mal an wo haben wir ihn hier ist platz der 16 hat 23 schuss schon 11 passen und 17 verteidigung das ist sehr gut weil der halt eben auch dann sich den ball erobern kann davon so wir stellen erstmal die ganzen leute wieder dahin wo sie hingehören zack zack und scheuten kommt dahin und scheuten tauschen wir dann gegen perls ja den den platz können wir schon fast austauschen hier gegen den lambeck ja können wir machen so zack das ist natürlich die frage wie lange wir noch den lambeck behalten wir warten da mal ein bisschen gucken wir uns mal an das ist platz wir können ihm jetzt noch eine fertigkeiten talent auswählen und kanonenschuss ja ich glaube das ist hier doch ganz vernünftig geht ganz schnell dann ersetzt er den lambeck auf jeden fall ganz gut ok das ist auf jeden fall gut wenn der perls hier auch diese krätsche kann ja so kelch auf jeden fall verlängern 3 ja zack zabel wird auch nochmal verlängert und 3 ist ja erstmal 21 und der ist jetzt schon so stark der kurz kriegt natürlich auch nochmal ja da machen wir auf jeden fall schon mal um 2 so den lambeck für 4700 verkaufen seitdem die frage schaut mal hier der kurze ist nur 94.000 wert wo wir für 190.000 bekommen haben was haben wir denn hier alles uninteressant und hier geben wir erstmal kein geld aus weil wir gar kein geld dafür haben ok gut ich möchte noch etwas schauen und zwar den klub nein hier ausbauten ja da brauchen wir 360.000 wir haben hier ein bisschen ruhm können wir hier wieder ein bisschen investieren jetzt ist die frage was wollen wir jetzt verstärken defensiv trainer oder eventuell offensiv trainer die scouts die sind mir momentan grad völlig egal offensiv trainer würde unsere offensive nochmal um einiges verstärken das würde ich jetzt gerne machen ich mache das jetzt einfach defensiv trainer wäre natürlich auch ganz nett ich mache aber als erstes mal offensiv trainer genau und dann beim nächsten mal holen wir den defensiv trainer genau gucken wir mal gegen kloppenburg wir lassen das jetzt hier so stehen dass es alles hier ist nochmal der sarrazin da müssen wir aufpassen ok spielen wir gut die haben anstoß und hier war es schon mal sehr gut auf wird aber höchstwahrscheinlich jahr mit dem ball verlieren aber die haben keine möglichkeit mehr das ist das was dann hier zählt wir kriegen den ball äußerst knapp ja dann spielen wir hier zu schroter das ist denke ich klar ja die da können wir hier einmal kontrolle machen und haben den ball weil die sind jetzt nicht so stark der zögler ein bisschen aber kriegt es trotzdem nicht hin ich glaube die waren sechs da oder die hatten sechs punkte eins von beiden oder beides kann natürlich auch sein ok da geht hier hinten zu der welt zu machen wegen ihnen hier ich glaube dann können wir nicht in die mitte reinziehen deswegen werden wir mal bis dahinten hinlaufen das macht richtig stark der schroter genau bringen den wedding hier hin und dann bringen wir mit ihm hier eine flanke rein dann triggert er leider nicht schade aber egal oder auch nicht also ok der läuft jetzt hier hinten hin und jetzt wird er kontrolle machen oder ja ok dann schroter ist schon bereit dahin zu sprinten zack und dann darf er dann seine krätsche ansetzen die leider nicht funktioniert dann darf wedding einmal ihren zweikampf ausführen der leider auch nicht funktioniert ja sind die gegner wieder dran ok er schießt drauf aber er passt auf alles gut so spielen wir mal zu kurz wir könnten versuchen hier hin zu flanken das tun wir auch schade ja die erste hälfte ist erstmal gleich vorbei weil die idee war gewesen weil der kann ja relativ gut passen dass wir den ball dann da irgendwie hinkriegen erst hälfte vorbei steht 00 ok diesmal haben wir anstoß dann werden wir hier wieder mit wedding versuchen da durchzuziehen den kanonenschuss können wir beim anstoß nicht anwenden wir könnten ihm zuspielen dann schießt er drauf ich weiß halt eben nicht ob wir hier rein sind wir versuchen es einfach mehr als schief gehen kann es nicht doch das geht ja gut dann richtig stark jetzt natürlich der kanonenschuss einfach ja wir machen normalen präzisionsschuss der machten rein sehr schön sehr gut also der wedding der hat da schon seine qualitäten und das wird jetzt gefährlich der sarah sehen wird jetzt wieder nach rechts außen aus holen dann in die mitte rein ziehen und hat ja diese dreifach stufe das heißt das wird ganz angegriffen aber egal ihr habt ja aufgepasst alles gut ja machen wir das mal so schauen wir mal das ist schon mal gefährlich ja der wird jetzt drauf stehen der hat kanonenschuss nein der hat nicht kanonenschuss sondern dieses hacken das ist natürlich super optimal ok wedding du weißt was los ist so er zieht wieder nach innen kommt er vorbei ja er kommt wieder vorbei sehr schön und darf wieder drauf schießen nein nein nicht kontrolle naja diesmal hat er den ball ist halt immer die das abwiegen kann man nicht nicht kanonenschuss sondern gewaltsschuss oder präzisionsschuss es wäre eigentlich gut wenn wir gegen die gewinnen könnten so schroter einmal bitte kretsch ansetzen oder zweikampfen die kretsch ist besser zack sehr schön wir könnten hier hin laufen könnten wir da hin passen ja nein dann gehen wir lieber hier hin ziehen wir einmal komplett hier rein dann machen wir einen gewaltschuss ja der helden gibt Eckball alles gut also wir machen eine auswechslung und zwar holen wir schroter raus und bringen la rein und tauschen die beiden also wo haben wir kurz wir haben kurz hier der haft dahin konrad und wedding vielleicht kriegen wir jetzt ja wieder hier so ein Eckballtor hin so zack flanken rein das hat leider nicht funktioniert da bleibt er der ball kommt rein fliegt ein bisschen zu weit aber auch wo wir kommen mit ihm nicht dahin und er hat natürlich mit ihm auch nicht wow das ist ja doof ja die haben jetzt noch drei möglichkeiten das ist blöd das spiel das wird leider 1 1 ausgehen ja für uns nicht so toll hätten wir mehr draus holen können oh jetzt habe ich hier zu schnell ja wir können trotzdem upgraden glaube ich zumindest ja wir sind jetzt trotzdem dritter weil hier der vorige dritte eben verloren hat ok sehr schön wir sind dann nur irgendwie am ball bleiben ok ja dann kriegt er auch das hier wobei hier halt eben nicht die frage ist ob er sich ob sich das da noch lohnt 19 ja schon der ist ja noch drei jahre bei uns also von daher alles gar kein problem also wilhelmshaven der vierte platz oder das ist ein ganz ganz wichtiges spiel für uns die haben sich hier hinten gut eingekraben der hat einen kanonenschuss das heißt er wird immer hier hin laufen das heißt wir nehmen den innen verteidiger mal hier rüber damit er den automatischen zweikampf hier sucht wir tauschen hier die position einmal und holen schrot da raus für klar genau zack und gehen ins spiel rein ganz ganz wichtiges spiel wäre schön wenn wir hier gewinnen wenn wir hier gewinnen haben wir dann ein bisschen abstand auf dem vierten kann natürlich sein dass die ein runterrücken ein anderer vierte ist logischerweise aber ja eine deutlich bessere ausgangsposition so wir ziehen nach innen kommen am ersten vorbei er wird jetzt hier angreifen schaffen das auch sehr schön und wedding darf jetzt drauf schießen und wir werden einen gewaltschuss wagen er hält ihn leider aber haben auch mal ein eckball bekommen auch nicht verkehrt so kurz ist dran konrad und wedding stehen bereit ok wir könnten vielleicht hier zu körper spielen da kommt der hier raus da flanken wir hier rein ok die flanke die kommt rein er hält ihn es gibt nichts nächsten eckball ok kurz ist wieder dran konrad der steht da richtig den müssen wir hierhin bringen und wedding bringen wir diesmal dahin wenn wir jetzt hierhin passen können wir normalerweise den kanonenschuss ausführen würde ich jetzt mal sagen ja gut da könnten wir aber auch wir versuchen es mal allein jetzt ja dazwischen ok egal weil kommt an das ist das wichtige die können drauf schießen oder wir versuchen hier rein zu dribbeln weil halten wäre jetzt auch nicht so schlau wir könnten darüber spielen wir schießen hier mit dem gewaltschuss drauf klingt vielleicht noch mal ein eckball oder wir machen den rein sehr schön wichtig sehr sehr wichtig wieder ein achievement bekommen ausgemacht ok und der kurz fängt erstmal hier schön dem ball ab und wir überleben auch dieses tackling sehr schön jetzt ist die frage ja dann spielen wir hier oben zu wedding ok wir machen den klassiker zack ziehen hier rein schaffen es leider nicht schade 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 wir sind jetzt motiviert ja dann machen wir das und knüppeln den einfach total weg und der ist jetzt müde jetzt schon aber gut aha der hält den ball hier hinten gehen wir mit copper hier hin und versuchen uns den ball da irgendwie zu holen kriegen das leider nicht hin dann gehen wir mal mit la da hin und ansonsten soll er mal machen ok würden jetzt wahrscheinlich halten oder zieht den ok ja sehr schön das ist das was ich meine hier perls wenn der da jetzt krägchen ansetzen kann also offensiver mittelfeldspieler haben wir sehr viele optionen weil jetzt können wir immer noch drei aktionen ausführen so konrad wedding wir könnten versuchen hier nach vorne zu flanken eigentlich würde ich trotzdem gerne hier zu wedding passen rein direkt wenn wir hier jetzt vorbeikommen könnten wir müssten hierhin kommen dann könnten wir hier einen kanonenschuss machen schade wäre vielleicht die nummer also die variante wenn du mal sicher gehen besser gewesen ja weil einfach noch erobert wo das hätten wir vielleicht gar nicht machen sollen das war zu riskant ja wedding holen wir raus und bringen dafür den guten platz rein schauen wir mal was er denn so hinbekommt und der gute kurz holt sich wieder den ball sehr sehr wichtig ja verlierten jetzt aber das sind halt eben aktionen die denen fehlen und das ist dann das was wichtig ist nö wir werden hier eine creature ansetzen ah ok hm so gehen wir mit la hier hin ja und hier schon wieder der kurz holt sich direkt den ball wieder würden jetzt wieder verlieren aber aktion gehen da erstmal drauf so und wir können mit perls wieder eine creature ansetzen oder mit ihm ein kass nee wir wollen gern ja wir wollen ja gern die aktion noch haben ok hier geht das nicht aber da diese kontermöglichkeit wahrscheinlich dafür hat ja hackendrick so stellen wir uns mal hier mehr oder weniger in den weg gehen automatisch ins pressing rein er geht jetzt hierhin wird wahrscheinlich kontrolle machen ja so wir könnten dann kommen wir lieber hier mit perls rüber und sagen mal freundlich guten tag mit der creature ok das war vielleicht nicht freundlich aber es war auch kein guter tag aber ja machen wir den mal hier hinten ein bisschen angst jetzt dahin spielen und dann darüber würde nichts bringen aber der macht einen kanonenschuss das ist natürlich das hätte ich bedenken sollen ok wir spielen ok kontrolle 18 8 das ist natürlich alles nicht so toll kommen wir hier irgendwo gut vorbei da spielen wir jetzt konrad ist natürlich jetzt erstmal viele spieler dazwischen wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering dass wir vielleicht sogar ein tor hinkriegen oder hinkball dann machen wir hier einen gewaltschuss bleibt erstmal da hängen kriegen nochmal den ball die haben nochmal eine möglichkeit vielleicht knüppeln die uns weg und wir kriegen einen freistoß ach schade es wird schon wieder ein unentschieden und das ist nicht gut das ist wieder zu wenig mehr da braucht eigentlich nichts mehr zu machen ja ok unentschieden ist zu wenig wir bleiben weiter dritter weil die hier unten erstmal sich noch ein bisschen mit sich selbst beschäftigen aber wir müssen halt jetzt eben ein bisschen aufpassen ja sind noch fünf spiele aber trotzdem gerade weil es noch fünf spiele sind müssen wir aufpassen und da sind ja noch die ganz großen brocken dabei ok gut bevor wir heute machen werden bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder das war's von eurem kumpass bambuso glaube ich